Hier, das ist meine Geschichte. Hast du gehört von dem schwarz maskierten Mann? Nee, leider nicht. Der läuft den Tag und Nacht rum. Und wie genau sieht der aus? Das weiß keiner so recht. Schwarzes Gesicht. Schwarze Klamotten. Oha. Nach tagelangen Suchens der Polizei fanden sie genau hier. Noch Abstände, Bundeskanzler. Aber nichts mehr zu finden. Genau hier fand es die Leichen. Das heißt, ich muss schon nach dieser Mann. Aber wenn keiner da hinweist, der ist wie der Teufel. Er füllt sich. Ich will es. Wie schaut's nur? Nein. Wie $0. gener一